Aber man braucht dafür richtige Regeln, um das Ganze in geordneten Maße zu halten oder man muss dieses ganze System halt überdenken. Aber so, dass man sagt, man braucht Gewinne aufs Teufel komm raus und die Gesetze werden so gemacht, dass man sich darum rumschiffen kann, das kann ja nicht die Lösung sein. Aber das ist da wieder eine Sache mit der Politik, die da nicht die richtigen Grenzen festlegt und das ist wieder nur der Schuld von uns, weil wir als Bürger unsere Stimme abgeben und uns nicht selber einmischen und deswegen an dem Ganzen nichts ändern. Aber wir können unsere Stimme erheben gegen etwas ganz Besonderes. Ich habe hier einen Haufen Flyer, da könnt ihr unterschreiben, es geht um das Freihandelsabkommen TTIP, was keiner von uns wirklich wollen würde. Und ich gehe jetzt mal rum und verteile die Flyer hier. Vielen Dank. Ich muss auch noch was sagen zum Freihandelsabkommen. Ich habe gerade nämlich in der Welt heute Mittag was gelesen und zwar schreibt jetzt sogar die Welt, also eine Zeitung, die ja bekannterweise, ja, eigentlich pro sowas ist, schreibt, dass es für Deutschland dafür eigentlich gar keine Vorteile gibt und da wurde das sehr kontradiskutiert, was mich echt total überrascht hat, aber das ist ja auch mal wieder eine positive Sache, die man eventuell gelegentlich mal in unseren Medien erleben darf. Wolltest du was dazu sagen? Nicht? Okay. Wollte noch jemand was zum Freihandelsabkommen sagen? Ja, noch eine lustige Anekdote zum Freihandelsabkommen. Über das Freihandelsabkommen wird da jetzt schon seit zweieinhalb Jahren diskutiert und das wird ausgehandelt. Und das letzte Ergebnis, was ich davon gehört hatte, von diesen Verhandlungen war, es gibt keine nennenswerten Fortschritte. Also wann das irgendwann kommen soll, keine Ahnung, auf jeden Fall wird das wahrscheinlich noch dauern, weil selbst die Lobbyisten sich nicht einigen können, wer jetzt den größeren Teil vom Kuchen bekommt. Ja, hallo. Ich will nur ganz kurz nochmal ein Thema anschneiden, was ich sehr, sehr wichtig finde, was auch zwischenzeitlich immer mal wieder aufkocht, aber dann gerät es wieder in Vergessenheit, wenn man in den Medien natürlich auch nichts darüber hört. Das ist die Kernkraft und dass da der Menschheit ganz, ganz großes Übel getan wird. Und das wird uns immer als saubere Energie verkauft, was einfach absoluter Bullshit und Schwachsinn ist, weil allein schon mit dem Abbau von Uran unglaublich viel Umwelt zerstört wird. Und ja, Atomkraftwerke produzieren zwar vielleicht bei der Produktion von Strom kein CO2, aber bevor es überhaupt zur Produktion von Strom kommt, wird unglaublich viel CO2 und noch viel, 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 viel klimaschädlichere Gase produziert. Und Atomkraftwerke stoßen dann zum Beispiel auch Edelgase aus, die extrem schädlich sind und viel, viel klimaschädlicher als CO2. Und ja, das mit der Kernkraft, das ist eine ganz fiese Sache, weil den Menschen einfach nicht bewusst ist, dass dieser ganze Müll, der belastet nicht nur uns und der belastet unsere Nachkinder. Das wird auch immer mehr und das potenziert sich. Und das hat der Luca vorhin auch schon mal angeschnitten. Da werden die Grenzwerte für, sag ich mal, atomare Verseuchung, die werden einfach immer höher gesetzt. Und die lagen irgendwann mal, vor Tschernobyl, lagen die bei 0,3 Becquerel, wenn mich nicht alles täuscht, für Nahrungsmittel. Das hat Luca vorhin auch schon gesagt. Und heute sind Nahrungsmittel hundertmal höher belastet. Und früher wurden die in einer Bleitonne tausend Meter tief vergraben und heute dürfen wir sowas essen. Ja, das ist irgendwie komisch. Nach jedem Atomunfall werden einfach die Grenzwerte höher gesetzt. Und so läuft das dann weiter, bis dann einfach die ganze Menschheit schon vor ihrem 20. Lebensjahr Krebs hat. Und da gibt es ganz, ganz tolle, schlaue Menschen, die sich da schon jahrelang mit beschäftigen. Und ich habe jetzt auch letztens ein Interview gesehen von Ken Jebsen. Und da auch mit einem, mit Holger, Holger, wie hieß er weiter? Luca? Holger Strom, genau. Holger Strom, ein sehr, sehr toller Mann, der sich gegen Atomkraft einsetzt und da auch sehr aufklärt. Und das wollte ich nur nochmal wieder ins Bewusstsein widerrufen, dass das auch eine Sache ist, wofür wir definitiv auf die Straße gehen müssen, gegen Kernkraft, weil es ist keine saubere Energie. Es zerstört die Zukunft unserer Kinder und dagegen müssen wir was tun. So, jetzt sind wir vom Thema Tierversuche ein bisschen weg. Das war auch eigentlich gar nicht das Thema, was ich mitgebracht hatte. Mitgebracht hatte ich ein Thema, das man in diesen Tagen in den Medien liest, Streik. Bei der Bahn wird gestreikt. Und unsere Gesellschaft steht sehr kontrovers dem gegenüber. Viele Menschen stehen dem kontrovers gegenüber. Ich finde das super. Ich bin nicht bei der Bahn. Ich kann auch nicht mit der Bahn fahren, aber ich finde das super. Ich finde das super, dass da eine Gruppe ist, die wehrhaft ist, die sagt, wir lassen uns nicht alles gefallen. Wir lassen uns nicht ausziehen bis zum letzten Hemd. Wir wollen einen Lohn haben, der unserer Arbeit würdig ist. Und wir sollten nicht sauer sein auf die Menschen, weil wir ausnahmsweise mal nicht mit dem Zug zur Arbeit kommen und vielleicht am nächsten Tag auch ausnahmsweise und am übernächsten. Sondern, dass da Menschen sind, die da, wo wir zu feige sind, wo wir uns alles gefallen lassen haben, aufstehen. Die stehen auch für uns auf in letzter Konsequenz. Wir haben hier eine Gewerkschaft, die mehr oder weniger in einem Spartensegment der Bahn tätig ist. Ich möchte auch mal so ein bisschen appellieren an das Bewusstsein bei vielen Menschen. Man hört so oft, also ich selber bin auch in einer Gewerkschaft, ich bin in der Verdi organisiert. Man hört aber ganz oft unter den Kollegen, ja, warum soll ich denn da reingehen? Ich kriege die Gehaltserhöhung ja sowieso. Das stimmt. Und wisst ihr warum? Wisst ihr warum das so ist? Weil die Arbeitgeber sagen, wir sind doch nicht gepudert. Wenn wir denen die Gehaltserhöhungen denen, die nicht in der Gewerkschaft sind, nicht geben, dann würden die alle in die Gewerkschaft gehen. Und dann haben wir da eine Gewerkschaft stehen, die so stark ist, dass wir überhaupt nichts mehr zu sagen haben. Dann würden wir ja direkt einpacken können. So, und deswegen kriegen alle, die nicht in der Gewerkschaft sind, die Gehaltserhöhungen auch. Aber in der Konsequenz ist jeder, der eben auf dieser Welle mitschwimmt, ohne die Gewerkschaft zu unterstützen, mit Schuld daran, wenn die Macht der Gewerkschaften immer weiter schwindet und am Ende die Arbeitgeber uns tatsächlich unser Hemd ausziehen können. So, deswegen danke in Richtung der Leute, die in der Bahngewerkschaft sind und da gerade streiken. Ich weiß nicht, ob welche anwesend sind. Ich möchte euch einfach danken und weiter so. Da scheint tatsächlich einer hier zu sein. Dann habe ich ein weiteres Thema. Das ist, früher hieß das GEZ, heute heißt das Beitragsservice. Ich bin einer von denen, die bisher noch nicht gezahlt haben. Leider sind ein größerer Teil der Bevölkerung der Überzeugung, ja, wir müssen ja zahlen. Die haben das ja zum Gesetz gemacht und das ist jetzt eine Vorschrift und vorher mussten wir auch zahlen und jetzt müssen wir auch zahlen. Leute, wisst ihr, wofür ihr bezahlt? Ihr bezahlt für die Propagandamaschine unseres Staates. Das ist das, was mit eurem Geld gemacht wird. Ich möchte ein paar Beispiele dazu auch geben. Nehmen wir mal die Ukraine. Uns allen wird erzählt, dass der böse Putin die Ukraine destabilisiert hat und da mit seinen Soldaten einmarschiert ist. Ich habe die Frau von der Leyen gesehen im Fernsehen an dem Abend, wo das berichtet wurde und ich habe gedacht, es kann nicht wahr sein. Die Frau lügt, ohne mit der Wimper zu zucken. Weiß das nicht anders? Doch, die weiß es anders. Die weiß es ganz bestimmt anders. Unsere Bundeskanzlerin hat einen offenen Brief bekommen von ehemaligen Mitgliedern der Military Intelligence von Amerika. Die Military Intelligence, das sind Leute, deren Aufgabe ist es, Lügen für den Staat zu verkaufen, so zu verkaufen, dass es gut klingt. Lügen, mit denen man zum Beispiel auch Kriege machen kann. Diese waren ehemalige Mitglieder der Military Intelligence. Die brauchten nicht mehr Lügen, die hatten ihren Job schon erledigt. Die haben dann einen ehrlichen, offenen Brief an unsere Bundeskanzlerin geschrieben. Frau Bundeskanzlerin, glauben Sie nicht alles, was über die Ukraine erzählt wird, stand da sinngemäß. Glauben Sie nicht das, was mit dem Absturz der MH17 erzählt wird. Es ist nicht alles so, wie man es möchte, dass es geglaubt wird. Und was hat unsere Bundeskanzlerin gemacht? Sie hat, ich glaube drei Tage später, beschlossen, die Sanktionen gegen Russland zu verschärfen. Das sagt doch eigentlich alles. Das zeigt doch ganz deutlich, wie man da oben tickt. Wir hatten auch mal eine Bundeskanzlerin, die hat vor einem laufenden Mikro gesagt, die Menschen müssen doch nicht glauben, dass das, was wir vor der Wahl versprochen, auch das ist, was wir nach der Wahl dann machen. Und ein anderer Bundeskanzler war es, glaube ich, hat gesagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Das ist im Grunde genau das Gleiche. Richtig.